Das war von einer, bei tausenden Fans, ja, steht da, bei tausenden Fans so beliebten Volksmusikgruppen, die lustigen Jammertal, kennen Sie diese Leute? Ja, die haben sich ausgesucht, dieses, aus dem späteren Don Giovanni, ja, diese Arie. Also, reich mir die Hand, mein Leben. Eine Arie, die die besonderen Aspekte zwischenmenschlicher Beziehung thematisiert, also bei dem Textvorschlag eben im alpinen Volksraum. Resi, komm da ausi, dann komm ich zu dir, aufi. Das Feldstuhl ist eine Pracht, wenn's nicht gesehen werden müsst, mach's nur beim Knacken. Wenn's nicht gesehen werden müsst, mach's nur beim Knacken. Klirb ist der schönste Allerhande, der Song macht den Touristen allerweil. Nicht nur auf Dreien gibt's gar Schade, auf Apres geht das immer mega geil. Auf Euro-Rubel-Dollarien, denn wenn wir diese nicht bekämen, müssen wir uns wirklich schämen. Für einen Text wie diesen. Resi, komm da ausi. Sonst komm ich zu dir auf. Nein, das haben wir auch nicht.